Ja, klar. Das ist mein Bruder. Benjamin, was gibt's dann? Hör mir jetzt ganz genau zu. Alles wird sich abschalten und nie wieder angehen. Was schaltet sich ab? Einfach alles hinausgehen. Ben? Malz? Was zur Hölle ist hier los? Also, was zum Teufel war passiert? Was hatte den Blackout verursacht? Die Physik ist durchgedreht. Die Welt ist durchgedreht. Über Nacht. Und keiner weiß wieso. Ich war sehr lange unterwegs auf der Suche nach Ihnen. Worum geht es? Ich nehme an, das ist Ihr Sohn. Ben! 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 Danny ist weg. Du musst meinen Bruder Miles finden. Er kann Danny zurückholen. Wieso haben Sie Danny mitgenommen? Das erfahren wir wohl erst, wenn wir ihn finden. Dieser Bruder, Miles. Was wissen wir über ihn? Mein Dad hat nur über ihn gesagt, dass er gut töten kann. Oh. Du hast zuerst geschossen. Somit kriegt das Blut deines Dads an deinen Händen. Gott weiß, was sie Danny gerade antun. Also würdest du mir helfen, ihn zurückzubekommen. Wie ist es heute? Weil wir eine Familie sind. Dein Bruder ist ein Köder. Der Moro denkt, dein Dad wusste etwas. Der denkt, dein Dad hat es mir gesagt. Also weiß ich es auch. Was? Wieso das Licht ausgehen? Revolution. Die komplette erste Staffel. Jetzt als DVD und digital. Es bahnt sich ein Krieger. Machst du mit. Er hat nur ist.